und zurück zu der last guardian sieht in der letzten folge haben wir hier den spiegel zerstört mittlerweile sind wir jetzt hier oben habt auch gar nicht groß was verpasst ich würde sagen starten wir spannend weiter mittlerweile schon neunte folge jetzt und es ruckelt und es ruckelt und es ruckelt so okay hier sind auch wieder ein haufen spiegel müssen wir mal schauen wie man sich zerstören da sind fässer zum fressen okie dokie das haufe spiegel einer ich würde sagen gehen wir mal vorsichtig hier runter ich würde es erstmal anschauen wie wir das am besten jetzt machen ja komm ok dann schauen wir mal da ist der spiegel ok wie kommen wir jetzt da am besten ran oder muss ich irgendwas darüber schieben ich glaube nicht schauen wir sind hier oben ich muss mir erstmal die gegend ein bisschen anschauen ok 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 der Tirico wird hier nicht reinkommen gegen dem spiegel eben aber wir machen jetzt trotzdem einfach mal auf ok 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 oben oder nicht schien oder was es sein soll war vorher noch eine abzweigung oben die führt da rein ich würde sagen ich schaue jetzt da mal hoch vielleicht kann man ja irgendwas rausziehen oder so gehen wir die treppen hier hoch da wird er nicht weiter gehen ist mir schon klar wegen dem spiegel linder ist ja gut ich mache papa machte schon ich kann mal fügen ist echt noch das spiel ist doch schon zwei drei stunden würde ich sagen und aber es ist immer noch ganz schön ungewohnt teilweise mit der kamera das ist richtig hartwillig genau hier wollte ich mal reinschauen gibt es hier was so leitern auch oben da wo der schalter war also ist hier ist hier eigentlich nichts okay hier ist nischt hier muss ich schauen aber irgendwie eine andere lösung finden kommen wir irgendwo anders lang und wie hier an den brettern vielleicht drüber also ich komme auf keinen fall rüber wenn sie was machen könnte wäre da oben genau da ist schon da habe ich schon was gesehen so hoch komm hoch jetzt hoch mit dir komm na komm okay dankeschön keine sorge mir wird etwas einfallen ja ich hoffe auch so okay jetzt mal hier da sind die brede und wir mal hier rüber das war mir klar hier hoch okay glaube ich da werde ich auf keinen fall rüber kommen komme ich auf dem brett darauf könnte knapp werden aber das ist eine kette ich springe jetzt einfach mal richtung kette weil wenn ich daneben springe oder weiter runter dann müsste ich normalerweise auf dem brett aufkommen okay fuck doch nicht bisschen verschaut okay wenigstens bin ich hier oben da ist fressi fressi das dürfen wir mal runter ich weiß gar nicht für was der das braucht das könnte man das in die kommentare schreiben wenn ihr längere zeit nichts kriegt hört er da nicht mehr oder was ich weiß es nicht und was braucht er das er hat auch keine anzeige oder sowas das zeigt irgendwie hunger oder so okay probieren wir es nochmal okay das haben wir geschafft da ist bloß so ein ding da komm ich da nicht ah hier ist eine kette hier ist eine kette wir mal ran kann ich normalerweise hier rüber springen er hätte ja gleich sehen können what the fuck okay wir gehen auf die kette hier oben ist ja nix mehr oder okay da ist eigentlich nix mehr ich schau mal was ich hier machen kann kann ich denn da hoch nochmal okay ich glaube ich muss das hier ein bisschen zum wippen bringen ich gehe jetzt mal ganz hier also ganz hier im deutsch ganz zum schluss genau okay und weiter und weiter und weiter 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 okay dann mal hoch okay alles klar hopp hoppity hopp hoppity hopp so jetzt bin ich hier drauf okay muss ich vielleicht da rüber jetzt oh mein gott geht es ganz schön runter jetzt aber hier runter geht ist aber nichts mehr einfach mal hier hoch der geht ja nicht hoch das heißt ich muss hier hoch eventuell da oben durch ok durch das kaputte durch ich hab kein plan was ich hier machen muss doch kein plan okay da drüben wäre es aber auch kaputt oder das schaut nur so aus okay gehen wir mal hier runter aber hier ist doch nichts ich lasse mich da jetzt nicht runterfallen ok hier geht es nicht weiter obwohl ich mich hier runterfallen also ich bin doch da genau da drauf hier geht es doch bestimmt nicht weiter naja da sterb ich mir nicht runterfall ich bin doch hier hoch vielleicht okay 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 ich hab keinen plan leute kann ich mich da ran hängen überhaupt an das ding da kann ich da ran hängen wo ist denn das dran überhaupt da muss ich an die kette hier ran ich stürze gleich ab ich weiß nicht ob ich mich da ran hängen kann an diese kette da oder was ist das kann ich mich da hoch ich bin blödem ich bin blödem ich bin wir ich Okay. Minor Fraser. Okay. Oh. Nervenkitzel. So. Jetzt bin ich hier drauf. Das heißt, ich muss das Ding anscheinend davor schieben. Ich hoffe mal, dass ich... Ich hoffe mal, dass ich in der Mitte sicher bin. Okay, Jericho. Okay, Jericho. Oh mein Gott, was macht denn der? Wenn ich jetzt auf den drauf springe, geht das? Schaut gut aus. Ich spreche einfach mal. Weeeeeee. Bäm. Okay. Wo müssen wir jetzt hin? Kannst du mir das mal sagen? Ich mach einfach mal. Ich muss schon wissen, wo du hin musst. Ich bin hier wieder rüber, oder was? Nee, da müssen wir nicht hin, Mensch. Wir müssen bestimmt da rüber. runter. Oder muss ich jetzt hier runter? runter. Okay. Okay. Mach keinen Schmarrn jetzt. Okay. Geht's die Treppen runter? Meine Fress. Wer baut denn so ne Treppen und so ne Säulen? Kannst du mir das mal erzählen? Boah, die Kamera, ey. Okay. Na super. Hier geht nichts weiter. Hier geht's nicht weiter. Ich bin hier. wir müssen da rüber. Wo ist denn da hin? Geht's wie is, nicht wir müssen doch hier rüber das zickt schon wieder rum hier oder müssen wir da hoch oder da lang ich hab keinen Plan warte mal ich komm mal auf den Kopf rauf das ist immer ein bisschen mehr da sind wir noch gekommen naja dann spring doch mal da rüber los was soll ich denn da wenn ich da rauf springe soll ich jetzt da rauf springen oder was ich bin noch nix ich hab keinen Plan wo ich hin muss ja 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 hm hm Gehen wir hier hoch. Sollen wir wieder ganz oben. Macht jetzt irgendwas anderes hier. Sollen wir hier hoch. Also, ich glaube ja, dass wir da rüber müssen. Was anderes kann eigentlich nicht sein. Ich spring jetzt nochmal auf den drauf. Halt fest! Bitch! What the fuck? Der müsste sich mal ein bisschen drehen, dass der da rüber springt. So. Trico. Da ist die Ding und da springst du jetzt hin. Mach jetzt. Kriegst du nochmal eine Streicheleinheit? Vielleicht hörst du ja dann mal auf mich. Oh. Jetzt spring doch endlich da hin. Jetzt ganz ehrlich, was ich mir aufhalte mit Zeug, das er nicht machen tut. Da ist doch nüch. Wo willst du denn nur da hinspringen, Mensch? Ich spring da hoch, wenn du meinst. Trico. Er dreht sich. Nicht da, 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 da drauf. Da. Jetzt spring da rauf. Los. Spring. Oh, Wahnsinn. Oh, Wahnsinn. Ich glaube ich spinnen. Oh, ich glaube ich spinnen. Der ist wirklich da rüber gesprungen. So, was springst du da hoch? Okay, da will er wahrscheinlich wieder nicht rüber, weil da so ein scheiß Glas liegt. Das macht nichts. Das macht Papa jetzt. Also Leute, tut mir echt leid, aber der zickt halt ab und zu wirklich rum. Da geht teilweise Zeit verloren ohne Ende. Das ist ein bisschen nervig, muss ich sagen. Greifen. Man muss schon sagen, dafür, dass er so klein ist, hat er ganz schön Kraft. Komm her. Geht euch vielleicht ein bisschen sanfter? Okay, da kannst du normalerweise jumpen, jumpen, jumpen. Das ist das Ding, das ziehst du da mit deinem Gewicht locker runter. Oh, du magst es schon wieder nicht. Ich muss da selber rüber. Okay, mag er nicht. Will er nicht. Kann er nicht. Dann springst du es nach hoch. Oh, mach doch, Mensch. Wo ist es jetzt? Zieh. Jetzt warte mal. Da unten kann man auf jeden Fall rauf klettern. Aber da ist doch gar nichts mehr, oder? Ja, da ist schon so ein kleines Ding. Aber warte mal, ich geh mal hier runter. Jetzt. Ziemlich anstrengend. Hast du ein Schwänzchen hier runter? Bitte nicht rumwackeln. Okay. So, jetzt schauen wir mal, ob wir hier weiterkommen. Hier geht es schon mal drüber, aber ist da irgendwas? Ah, drüben sind Kaderpunkte. Klede. Klede-Punkte. Nice. Komm. Da noch hoch, komm. Zieh durch. Komm, zieh. Bitte nicht abstürzen. Ich komm bald wieder, mein Kätzchen. Okay, hängen wir hier rüber. Wupp. Wollen wir also nicht so nur blöden Ritter kommen, weil dann habe ich nämlich ein riesen Problem. Für den kann ich mal gar nicht entkommen, ohne mein Tierrecker. Okay, hier ist nichts. Also, ich schätze mal, ich muss... Oh Gott, wie soll ich denn da jetzt vorbeikommen? Kann mir das mal einer erzählen? Ich muss einfach bloß hochrennen. Super. Kann ich die nicht irgendwie killen, die Idioten? Okay, hier geht nichts. Hier geht nichts, Ega. Na, da, hier rüber. Bam. Und was mit dem Idiot kommt, der ist ja auch reingesprungen. Dann kriegen wir einen Vogel. Oh, okay. Okay, 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 okay. Okay, sehr gut. Ausgetrickst du viel. Alter! Ja! Ja! Oh, ich weiß nicht, was ich jetzt mache. Okay, da kann man reinjumpen. Okay, jetzt muss ich schauen, wo der ist, der Penner. Wo denn der hin? Okay, er scheint nicht hier zu sein. Boah, das kann doch jetzt nicht wahr sein, oder? Was? Jetzt hat er zwei von denen im Arsch. Woa, Baba! Kommt die da drauf herüber? Ich hoffe mal nicht, dass die springen können. Alter. Okay. Okay, ihr seht die Stämme, was morsch sind, sieht man hier zum Beispiel. Okay. Alles klar. Der da sieht auch nicht mehr so schön aus. Ich glaube, wir werden hier rüber gehen. Nein, da sind 1000 Speere drin. Ich drehe durch. Okay. Ah. Ah. Das andere Spiel machen wir später. Let's kommen. Ja, gut. Guck mal her! Guck mal her! Du hast mal deine Speere weg! Guck mal her! Guck mal her! Guck mal her! Guck mal! So Leute, ich würd sagen, ich entferne jetzt die Speere. Und wie es dann weiter geht, schauen wir uns auf jeden Fall dann in der nächsten Folge an. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, würde ich mir natürlich um den Daumen an nach oben oder auch über ein Abo freuen. Und ansonsten viel Spaß auch in den anderen Folgen. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao, euer Andi.